Iohub.net Doch was ist Iohub eigentlich? Iohub oder auch All-in-One-Hub beschreibt sich durch den Namen selbst. Wie der alte Lateiner sagen würde, Nomen est Omen. Das Prinzip von Iohub ist im Grunde alles in einer gigantischen Lobby unterzubringen. In dieser besagten Lobby werden sich die beliebtesten und begehrtesten Spielmodi befinden. Der Grundgedanke des Server-Netzwerks ist es den Usern das zu bieten, was die User wollen. Außerdem haben wir uns eine völlig revolutionäre Art überlegt, mit Hackern und allgemeinen Serververstößen umzugehen. Die Gestalten werden auf ein sogenanntes Spiegel-Netzwerk verfrachtet, welches eine direkte Kopie des Hauptnetzwerks von Iohub sein wird und müssen dort mit ihresgleichen spielen. Außerdem haben wir uns eine völlig neue Art des Premium-Nutzersystems überlegt. Alle Ränge auf unserem Netzwerk sind nur monatlich kaufbar und können entweder als Single-Purchase oder als Monthly-Subscription-Purchase erworben werden. Außerdem sind die YouTuber mit über 50.000 Abonnenten in der Lage, selbst ein Stück vom Kuchen zu bekommen, mittels eines sogenannten Affiliate-Links. Uns von Iohub ist die User-Experience am wichtigsten und deshalb stehen wir auch zu unserem Server-Motto. Alles für den User, der gesamte Iohub-Team-Clan und natürlich ich würden uns unglaublich darüber freuen, genau dich am Tag unserer Eröffnung am 9.12.2017 auf unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen und wünschen dir bis dahin noch sichere und gesunde Tage. Danke.